Wie geht's dir, Boris? 111 ist gut. Ja, mir geht's soweit prima. Und Selma? Schön. Also ich freue mich sehr, dass wir das nach sehr langer Zeit mal hingekriegt haben, dass wir uns geweiht haben. Wir haben ja sonst immer nur andere Calls für andere Dinge. Das stimmt. Ja. Und irgendwie sind wir da immer die Väter. Komischerweise. Laut. Ich gefühlt ja. Sorry, dass ich gerade Kaffee trinke. Ich bin absoluter Kaffee-Junkie. Boris, gönn dir. Ich trinke auch. Boris, ich habe mir überlegt, wir sprechen heute mal so ein bisschen über das, was du geschaffen hast in LFM. Mit LFM in ACC, das wollte ich sagen. Und hören mal so ein bisschen vielleicht die Background-Story dazu. So die kleinen intimen Details, die man sonst eigentlich immer nur in deinem Stream hört. Die kleinen intimen Details. Ja. Ja, die Background-Story ist eigentlich eine ganz witzige. Und zwar, ihr kennt ja auch alle Zappi. Du kennst den ja auch. Vielleicht, warte, warte. Mr. Zapplowski. Lass uns von vorne anfangen. Wer bist du eigentlich? Ich. Das vergisst man immer so. Ja, stimmt. Ja, fangen wir mal von ganz vorne an. Ja. Ich bin, also eigentlich, ähm, habe ich schon in den 90ern angefangen mit Gaming und so. Ich glaube, ich hatte sogar schon Ende der 80er meinen ersten Rechter zu Hause stehen. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, ne? Weißt du ja. Wie alt bist du denn? Äh, jetzt 43. Ja, 43. Und, äh, habe Ende der 80er angefangen schon mit C64. Und, ähm, habe da auch schon Flugsimulationen und sowas, so, weißt du, so 1-FPS-Dinge auf dem C64 gespielt. Und auch die ersten Renngames, die es damals gab. Und, ähm, da bin ich aber irgendwann vom Gaming weggekommen und habe mich mit Musikproduktion beschäftigt, lustigerweise. Ja. Ähm, also, also komplett anders, weil ich zufällig, ähm, mit einem Kollegen damals, ich glaube, das war 94, haben wir auf Viva, kennt man vielleicht auch noch, so der ein oder andere, eine Live-Übertragung von der Mayday aus Dortmund gesehen, ne? Ja. Und, ähm, das Witzige war, ich, ich, wir, ich habe mir das angeguckt, wir fanden das toll und ich habe damals gesagt, das ist cool, das will ich auch mal machen. Und ich will da mal stehen auf dieser Bühne. Also genau auf dieser Bühne bei der Mayday. Ja. Und, äh, das hatte ich mir dann so als Ziel gesetzt. Ich habe dann angefangen, Musik zu produzieren und Ende der 90er hatte ich dann meine erste Platte auf dem Markt. Ähm, 2000 habe ich angefangen, in der Musikbranche zu arbeiten, als Programmierer, lustigerweise. So, so fügt sich das dann am Ende auch wieder zusammen. Ja. Ähm, habe dann professionelle Musik gemacht, getourt und, äh, 2012, glaube ich, war es dann soweit, ich habe auf der Mayday aufgelegt. Auf dieser Bühne? Auf dieser Bühne, ja, natürlich, ja. Also, war das denn die Mainstage oder? Äh, ja, nicht die Mainstage, das war ein Sidefloor von der Mayday, aber es war die Mayday, es hat mir dann gereicht in dem Moment. Und, weil meine Musik war zu hart für die Mainstage, glaube ich, die ich da gemacht habe. Okay. Von daher, aber, aber ich habe es geschafft, ja. Also, das ist, dann, dann, äh, ja, danach, ähm, war mehr oder weniger für mich so Musikbranche durchgespielt, weil ich hatte mein Ziel erreicht. Ich hatte ein Haufen Produktionen draußen, ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Und, ähm, ja, so das mal Background zu mir. Musik habe ich übrigens noch weitergemacht, mache ich auch immer noch, ja, die einen oder anderen haben es vielleicht auch schon beim Stream gesehen. Wo, also, was, was machst du für Musik und kann das jemand mal hören? Irgendwo. Und wie ist dein Künstlername? Dann kann man das. Äh, mein Künstlername ist Boris S., ganz einfach. Okay. Sehr einfallsreich, also, ich habe mir richtig viele Gedanken gemacht damals. Und, ähm, ja, kann man hören auf YouTube, Spotify, überall, äh, Apple Music, äh, einfach nach Boris S. suchen. Kriege ich? Oder auch mal nach, ja? Kriege ich einen Copyright Strike, wenn ich das jetzt anmache? Nein. Kriegst du nicht. Gut. Ich, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob dein Stream das hören will. Wir machen kurz mal an. Oh, mit einem Surface aufgelegt. Okay. Ja, das Surface, äh, aus meinem Stream, das ist eigentlich nur, da läuft der Chat. Okay. Ich habe gerade das Bedürfnis, auf die Autobahn zu fahren. Ja, das funktioniert sehr gut, so der Musik, ja. Das habe ich auch immer gemacht, deswegen liebe ich, äh, Schnellfahren auch. Aber da hast du aber richtig Druck auf dem Kessel. Ja, normal. Ich wusste ja gar nicht, dass du so eine Musik gemacht hast, Boris. Ja, mittlerweile bin ich auch ruhiger geworden. Die aktuellen Sachen sind, äh, deutlich langsamer und ein bisschen entspannter. Okay. Also, ich mache immer noch Musik, aber nicht mehr hauptberuflich. Deswegen, äh, es ist, äh, ist jetzt wieder zum Hobby geworden, sage ich mal. Okay, ich lasse das mal offen, ich höre das nachher mal. Ich, ich fähre mir das nachher mal zu gewüte für, Boris. Das, ich kenne ja, du kannte diese Seite ja gar nicht. Ne? Haben wir da noch nie drüber gesprochen? Also, dass du Musik gemacht hast, ja, aber nicht sowas. Ja. Das ist ja wirklich so eine linke Spur und dann, äh, bis der Tank alles. Vollgas. Ja, genau. Na, Entschuldigung, wir haben junge Zuschauer, wir fahren nicht Vollgas, bitte. Danke. Ja, ich schicke euch den Link, äh, dann könnt ihr, könnt ihr euch das anhören. Okay, fahre fort, Boris. Sorry für den kleinen Exkurs. Ähm, wo waren wir? Ach so, ja, bei der, bei der Musik, ja. Äh, Musikbranche durchgespielt und so. Ähm, also für mich persönlich natürlich nicht. Also, ich hätte noch ein paar Hits gebrauchen können, um wirklich davon gut leben zu können, aber, äh, in dem Bereich, wo ich unterwegs war, ich meine, es ging, ja, äh, wird ähnlich sein wie, wie im, äh, Entertainment-Bereich im Internet. Man kann davon leben, aber steht kein Labo vor der Tür, so ungefähr so in die Richtung. Ja. Und, ähm, ja, ich hab natürlich immer durch meinen Beruf auch viel programmiert, äh, und so, und, äh, Simracing hab ich ja auch immer noch nebenher gemacht. Dann, äh, war ich lange bei iRacing unterwegs. Ich glaub, 2008 wurde iRacing released, da hatte ich dann auch einen Account, war lange dort unterwegs. Bis 2018 kam dann ACC. Ich glaub, die Early Access damals, mit dem Lambo und dem Nürburgring, so ganz am Anfang. Mehr war das ja noch gar nicht. Und, äh, da bin ich damals ACC gefahren und hab mich direkt verliebt. So, also eigentlich war's noch ziemlich schlecht, ACC zu dem Zeitpunkt. Ich fand's trotzdem toll, allein wegen dem Sound. Und, ähm, ja, dann bin ich viel ACC gefahren, hab dann auch wieder angefangen, irgendwann zu streamen. Ähm, und dann kommt Zappi wieder ins Spiel, lustigerweise. Okay. Weil, äh, Zappi kenn ich eigentlich aus GTA RP. Ja, ich glaub, du hast auch mal GTA RP gespielt. Ja. Ja, und Zappi hab ich, äh, auf nem Server kennengelernt. Ähm, und wir haben uns dann irgendwann mal privat so unterhalten und haben uns angefreundet. Und er hat auch Simracing betrieben, allerdings, glaub, Project Cast 2 oder so ist er gefahren. Ähm, dann hab ich irgendwann aufgehört mit der RP. Wir hatten lang keinen Kontakt, bis, äh, ich dann, äh, ACC gefahren bin. Und wir haben uns dann mal wieder irgendwann per Zufall, ähm, gehört. Und, ähm, er meinte so, er hätte mal wieder Lust auf Simracing. Da hab ich gesagt, so, ja, schmeiß mal Project Cast weg, kauf dir ACC. Tada, dann hat er sich ACC gekauft. Äh, und dann sind wir mal zusammen gefahren, ja. Und dann hat das bei mir angefangen mit Ligen fahren und so weiter und so fort. Dann kam er irgendwann auf die Idee, so, ja, ich hätte mal Bock drauf, wenn du Liga-Rennen fährst, dass ich bei dir im Stream kommentiere, ne? Ja. Und, ähm, ja, da bin ich halt Liga-Rennen gefahren. Er hat dazu kommentiert. Das fanden wir ganz witzig. Dann, äh, hat mein, mein Stream damals, das waren, keine Ahnung, da war ich bei neun, zehn, elf, zwölf Zuschauern, so, wirklich ganz am Anfang. Und es wurden dann eben dann immer mehr. Und dann kam er auf die Idee, lass mal so einen Cup machen. Also so einen eigenen, ne? Und dann kam Race-App ins Spiel. Dann hab ich angefangen, über Race-App ne Cup zu organisieren und hatte ungefähr nach einer Woche keine Lust mehr auf Race-App. Und dann hab ich gesagt, das ist Kacke, ich will was Eigenes machen. Ich baue mal ne Webseite, ja. Und dann hab ich die LFM-Webseite gebaut und der Cup ist dann umgezogen von Race-App, nach dem zweiten Rennen, glaub ich, auf die eigene Webseite. Ja. Und, äh, seitdem gibt's die Seite. Und, äh, ja. Und dann haben wir den Cup gemacht. Irgendwann dachte ich mir dann, äh, da ich ja von iRacing komme, mir fehlt so ein System, wie iRacing hat. Ja. Bei ACC, weil das gibt's ja nicht. Nur die CP-Rennen und diese waren meistens sinnfrei, ja. Weil du bist irgendwie für nix gefahren. Und dann hab ich mich hingesetzt und gesagt, ich baue mal sowas. Und dann kam das Daily-Racing-System dazu. Ich glaub, gelauncht sind wir 2020 im Dezember. Ja. 28.12. war, glaub ich, Season 1 Start damals, ja. Mit, ich glaub, 100 Fahrern. Ja. Das ist schwitze Lächeln. 100 Fahrern. Ja, aber jeder, jeder fängt mal klein an. Ah ja, Flo schreibt gerade im Chat, ja, meine Rage-Quid-Zeiten. Ja, da war ich auch noch sehr impulsiv. Ich hab auch schon mal den Stream ausgemacht. Und heute fährst du Audi. Und heute fahr ich Audi, ja. Okay. Ich bin, glaub ich, auch schon alles gefahren. Außer Porsche. Also als Main-Fahrzeug, sag ich mal. Wer mich kennt, weiß, Porsche ist nicht mein Ding. Wie viel hast du da so reingesteckt am Anfang, dass das so an den Stissel gegangen ist? Hast du so Early-Access rausgeknallt oder hast du gleich gesagt, komm, ich launch gleich die volle Nummer? Ähm, das, also ich habe tatsächlich angefangen zu programmieren an dem Daily-Racing-System im August. Ja, August, genau. Und, äh, war eigentlich so im November, war ich für mich so weit, dass ich sagen könnte, wir können damit jetzt mal an die Leute rausgehen. Ja. Dann gab es noch ein bisschen Bug-Fixing und sowas. Wobei, Bugs gab es immer. Wir hatten damals auch nicht mal einen richtigen Game-Server. Das war, das war nur so ein Windows-V-Server, den ich irgendwo gemietet habe. Der war komplett am Limit, ja. Wenn da zwei Splits gelaufen sind, war das Ding schon am krechzen. Aber es hat funktioniert, ja. Ja, gut, wollte ich gerade sagen. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Ähm, Splits hatten wir ja damals auch noch nicht ganz am Anfang. Also, es war immer nur eine Session, 50 Anmeldungen. Dann kam ja irgendwann auch der Punkt, wo, äh, auf einmal du dich montags für mittwochs anmelden musstest, sonst hast du keinen Platz mehr gekriegt zum Fahren. Ja. Das war auch sehr witzig. Ähm, ja, und dann, ja, also insgesamt Programmierarbeit bis zum ersten Launch, würde ich sagen, drei Monate. Dann hat das Ding schon mal funktioniert. Ja. Und ansonsten sitze ich eigentlich jeden Tag dran und versuche, irgendwas zu verbessern. Bist du der Einzige, der codet aktuell? Oder sind noch andere Leute? Aktuell, aktuell bin ich tatsächlich der Einzige, der programmiert. Also, komplett alles, was ihr da seht, die ganze Technik hinten dran, kommt alles aus meiner Feder. Aber, ich habe jetzt Unterstützung. Also, wird es bald noch krasser? Na klar. Gut. Man soll ja nie aufhören, ne? Ne, das ist richtig. Immer, immer weiter. Wer stehen bleibt, ne, hat schon verloren. Wo du jetzt gerade von einem Split gesprochen hast, wie viel hat man denn heute zu Stoßzeiten? Ähm, zehn. Also, wenn man, wenn man es zusammennimmt, wir hatten, glaube ich, am Dienstagabend, ähm, waren, der 20.15. Session, waren in der, äh, CDA, in der Sprit-Serie, zehn Splits und gleichzeitig bei den Rookies auch nochmal fünf. Also, wenn man es zusammennimmt, 15. Plus die anderen dann auch noch, also GT4 und so. Plus GT4 und so, was dann auch noch parallel läuft, ja. Also, es ist, es ist einfach abartig. Gut, diese Woche ist Spa, ja, da ist sowieso, die ist mega beliebt, man kennt's. Ne. Ähm, genauso viele, genauso viele Unfälle gibt's dann auch. Richtig, also ich fahr spanisch, nein. Ich hab's gesehen. Du fährst lieber mit sieben an Barcelona, hab ich gesehen. Korrekt, und das ist viel schöner. Äh, ist schön entspannt, ja. Kann ich aber nachvollziehen. Ich bin gestern Abend auch Barcelona gefahren. Äh, ein Split, ach so, um euch das zu erklären, ein Split bedeutet, ähm, vielleicht, Boris, erklär du doch schnell, was Split bedeutet. Äh, ja, ein Split, also ganz einfach. Unser System, was ich, äh, oder ist dazu gebaut worden für, äh, Matchmaking. Das heißt, dass Leute, die mit ähnlicher Pace unterwegs sind, zusammen in ein Rennen geworfen werden. Und, ähm, das ist dann ein Split. Das heißt, äh, wenn sich hundert Leute anmelden, wird das aufgeteilt in vier, fünf Rennen. Und jeder, äh, es wird dann nach Ranking sortiert, beziehungsweise Rating sortiert, und, äh, jeder landet dann mit ähnlichen Fahrern, äh, in einem Rennen. Ist Fluch und Segen, weil das wird natürlich richtig eng, und dann fahren alle mit Messer zwischen den Zähnen. Ja. Hat man gesehen. Auf der anderen Seite wollen ja alle enges Racing haben, ne. Das ist halt, äh, ja. Und je mehr Leute sich anmelden, je enger wird das Ganze. Ja, es ist mittlerweile, also, der, der Progress, also, ich würde gerne endlich Split 2 fahren, schaffe ich nicht, bin immer Split 1. Äh, ja, es ist, also, das ist geistergestört. Ja, es ist echt übel. Also, es ist einfach, was, was passiert ist, gerade das letzte Jahr, ähm, ähm, ich glaub, angefangen hat das Dezember letztes Jahr, ne, es war, war vorher, es war Oktober schon, ähm, als dann auch so ein paar größere YouTuber und Streamer auf uns aufmerksam geworden sind, ähm, und dann so einer nach dem anderen Videos über die Plattform rausgehauen hat, und wie toll das ist, und dann ist es auf einmal durch die Decke gegangen, übern, übern Winter, ja, da hatten wir teilweise 10.000 Anmeldungen im Monat. Das ist halt, ja, ich hätte niemals gedacht, dass es so weit geht, aber, äh, ich meine, am Ende gibt's uns recht, da haben wir irgendwas richtig gemacht, würde ich sagen. Naja, also, ich würde mal sagen, ihr sorgt dafür, dass der ACC noch lebt. Das ist richtig. Ja, das ist, äh, viele, selbst größere Streamer, ich kann es Machadier nennen, den kennst du wahrscheinlich auch, ähm, der hat in seinem Stream schon gesagt, so, ja, ohne LFM hätte keiner mehr einen Grund, im Moment ACC zu fahren. Das ist korrekt. Außer man fährt in irgendeinem E-Sports-Championship oder so. Weil, ansonsten, äh, gut, es gibt noch Ligen, es gibt noch Race-App, also, du hast immer irgendwas zum Fahren, so ist es nicht. Ja. Aber, ich sag mal so, die, die, die normalen Casual-Gamer, die sich hinsetzen und Rennen fahren wollen, was machen die, ja? Du kannst entweder Public fahren, was halt völlig sinnfrei ist, oder, ähm, du fährst dann bei uns. Oder hast du zumindest, äh, Competition. Und du kannst fahren, wann du willst. Das ist halt der große Vorteil. Da musst du dich nicht irgendwie die ganze Woche auf ein Rennen vorbereiten, um dann in Turn 1, äh, abzustellen. Nee, das kann man auch dreimal am Tag in der Sprintsee. Das kann man auch bei, das geht auch bei LFM. Ja. Kannst du aber allerdings die Stunde später nochmal fahren. Richtig, und dann passiert das gleich nochmal. In Barcelona. Nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Ja, ist schon richtig. Also, wenn man mit neun Mann, äh, die Pro Series fährt, dann, äh, geht das. Ja, die Pro Series ist das nicht. Du meinst die SRS. Äh, die SRS meine ich ja. Entschuldigung. Ja, genau. Ja, in der Pro Series, da geht's genauso rund, denke ich. Äh, Pro Series, äh, wobei es geht. Also, gestern, gestern die erste Runde, gestern Abend war schon ein bisschen, äh, ich sag mal, am Limit, ja. Aber ansonsten haben sich die Pros bisher gut benommen. Naja, gut. Ihr habt ja auch ein sehr striktes Regelwerk drum herum gebaut, mittlerweile, oder? Ja, ich denke, das ist der große Pluspunkt. Ähm, wir haben auch nicht mal bei der Pro Series Live-Stewarding und trotzdem reißen sie sich eigentlich am Riemen allgemein. Oder gerade deswegen, weil sie wissen, wenn sie halt wirklich Mist bauen, hat das Konsequenzen. Und zwar nicht nur, äh, dass sie eine Zehn-Sekunden-Strafe kriegen, sondern Ratingabzug bis hin zum Bann, ja. Und, äh, ich denke, genau das, auch, dass wir es halt immer strikt durchziehen, egal, wer da kommt, ähm, hat uns so ein bisschen die Credibility gebracht. In dem Bereich. Ja, ist auch richtig und wichtig. Ja. Denke ich auch. Also gerade, man darf halt keine Unterschiede machen, egal, wer das ist, ja. Das ist richtig, ja. Das, äh, ich denke, ich denke, unsere Reko, die freut sich auf den Tag, wo sie mir ein Bann reindrücken kann. Ich warte eigentlich auch sehnsüchtig drauf. Ja, ich weiß, du willst das ja unbedingt bei dir im Stream machen. Ja. Also, ja, also dich, also dich, also dich und ich würde mich selber eigentlich auch gerne mal rauskanten. Und dich selbst, ne? Aber ich darf, einfach mal Bann. Ich darf meine eigenen Reports ja nicht bearbeiten. Ja, klar, natürlich nicht. Aber schön mit Herrn Sablowski, äh, mich selber rauskriegen, wäre schön. Das fände ich auch mal sehr witzig. Ja. Das, aber du wirst da selten reporten. Das ist korrekt, ja. Aber ich mache auch selten, also wirklich sehr selten Scheiße. Das hast du jetzt gesagt. Oh! Oh, Boris, hallo? Nein. Steht etwa VEM auf der Kippe? Nein, nein, nein. Ähm. Ich kenne es ja von mir selbst, manchmal brauchst du einfach Mist. Ja, natürlich. Keiner ist fehlerfrei. Nee. Und gerade, und das ist eben das Problem, wenn du am Tag halt, äh, drei, viertausend Fahrer hast, verschiedene, die dann was fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer Mist baut, sehr hoch. Na klar. Das ist, deswegen, äh, ja, ich kann verstehen, wenn jemand angefressen ist, weil er dreimal ineinander abgeschossen wurde, ging mir genauso. Ich habe die Woche ins Bar, ich habe 200 Rählinge verbrannt. Ähm. Aber gut, ja, dann runterputzen, weiter machen. Am Ende, was hast du davon? Also, in der SRS passiert das nicht so häufig, Boris. Ich habe jetzt, äh, das stimmt, 600 Rating dazu gewonnen, in den letzten zwei Wochen oder so. Das stimmt. Also, die SRS-Serie, es liegt, glaube ich, auch daran, erst mal, es fahren weniger Leute über den Tag verteilt, und zum Zweiten ist das Rennen länger, und du hast den Pitstop. Ja, das heißt, ähm, die Leute fahren dann komplett anders, weil das Rennen eben länger ist. Ist halt das Problem, die Leute feiern halt kurze Rennen, ja, reinfahren, Messer zwischen den Zähnen auspacken, und, äh, ja, Fluch und Segen. Fluch und Segen. Wie ist das? Ich hätte es auch lieber, wenn da nichts passieren würde, aber das geht leider nicht. Ja, du, schönes Rating wäre ja toll, aber es ist ja trotzdem immer noch. Ja. Also, ich meine, ne, wenn man sich jetzt mal anguckt, und das wäre jetzt eine Frage, äh, ob du mal kurz so einen Abriss machen kannst, über die letzten zwei, äh, zwei Jahre, die jetzt so, wo das gewuchert ist, was so alles dazugekommen ist, was an Menschen dazugekommen ist, also, wie, wie ist das denn so aufgebläht? Äh, ja, das ist, äh, äh, eigentlich ganz einfach gesagt, wir waren am Anfang, ähm, als wir den Cup gestartet haben, bevor es, also dieses Daily Racing System gab, waren wir, glaube ich, vier Mann, ja, und, äh, dann haben wir den Cup gestartet, und haben irgendwann den Aufruf gemacht, noch ein paar Fahrer an den Start zu kriegen, haben sich dann auch ein paar gemeldet, ähm, ich glaube, damals war Götzi und so dabei, ähm, Kranhaken, der auch gerade im Chat ist, ja, der kam dann auch dazu, zu der Zeit, und, äh, dann haben wir das Daily Racing gestartet, und irgendwann ist es dann halt, äh, explodiert an, an Fahrerzahlen, und wir mussten, gerade was das Stording angeht, halt richtig zulegen an Leuten, weil wir das halt arbeitstechnisch sonst überhaupt nicht mehr geregelt gekriegt haben, ich meine, die machen das alle in ihrer Freizeit, ja, nebenher, ja, und, ähm, wir haben halt immer wieder über Discord gesucht, und, und, Leute gesucht, und es haben sich so viele gemeldet, und allein das Stording Team sind, glaube ich, fast 30 Mann mittlerweile, die ja gar nicht eigentlich zum, zum eigentlichen Team gehören, die machen nur Stording, sonst gar nicht. Also Reports abarbeiten, et cetera. Nur Reports abarbeiten. Alleine, was da jeden Tag reinkommt, ist halt dreistellig, ne? Das kriegst du halt mit ein paar Leuten nicht mehr gewuppt. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Devise, dass wir über Strafen eigentlich nicht diskutieren, weil, jeder, der eine Strafe kriegt, ist damit nicht zufrieden, und steht dann im Discord, und will diskutieren, und das kriegst du halt, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wenn da jeder ankommen würde, zum Strafe diskutieren, würdest du damit nicht mehr fertig werden. Ja. Wie viele Leute hast du, oder wie viele Leute habt ihr denn jetzt im Team allgemein? Im Team sind wir 24. 24 Leute. Wo ein paar, die eigentlich nur mehr, der weniger fahren, und viele, die sich in anderen Bereichen einsetzen, sei es jetzt Discord, Community Management, und sowas, oder Event Management, Sponsoring, Broadcasting, Videos, und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile ein riesen Bereich, den wir abdecken, wo wir für jeden, das kann ich ja nicht alles alleine machen, funktioniert nicht, also 24 Leute, darunter einige, die nur fahren, oder sich bei der Reko beteiligen, und andere, die halt noch, wirklich, größere Aufgaben mit übernehmen, jetzt abseits von der Programmierung. Okay. ich denke, 24 Leute ist schon, schon eine Menge mittlerweile. Wenn ich überlege, dass wir mit vier angefangen haben, jetzt über die zwei Jahre. Ja, ich meine, ihr habt aber, ihr deckt ja auch jetzt sehr viel ab, also ihr habt ja gemeinsam in Kooperation, auch mit anderen, und die Ligen sind ja, werden ja immer mehr, also ihr findet ja quasi euch, fast jede Season neu. Ja, ich denke, das ist aber auch wichtig. Ja. Weil, die Leute wollen ja auch immer was Neues haben, sonst wird es langweilig irgendwann. Und wir haben jetzt tatsächlich seit Season 1, jede Season irgendwas Neues gebracht. Sei es damals das Split-System eingeführt, oder das Safety Rating mit eingebaut, oder mehrere Serien. Dann haben wir GT4 mit dazu genommen, dann kam ja dieses Challenger-Pack, wir haben M2 und Porsche mit reingenommen, die leider ein bisschen wenig Beachtung finden, finde ich, weil die Autos hätten eigentlich ein bisschen mehr Liebe verdient, weil gerade der Porsche Cup ist richtig cool zu fahren. Ist nicht einfach, weil keine TC. Aber ja, es ist halt, die meisten wollen rein und GT3 fahren. Ja, Dizzy, du findest den Porsche Cup auch nicht gut. Komm, Boris, weißt du, make Porsche Cup great again. Wann ist sie immer? Eigentlich Dienstags, glaube ich, Dienstags, Donnerstags und Samstags. Okay, Uhrzeit? Drei Sessions abends. Abends. 17, 19, 21 Uhr. Alles klar, komm, Dienstag 17 Uhr. Komm für dich, Boris. Make Porsche Cup great again. Mark my words. Warte mal, warte mal, ich gucke nochmal auf der Webseite, bevor ich dir das Mist erzähle. Ja, mach mal, komm, wir gehen da jetzt rein. Also, SR1 Porsche Cup, wann ist die nächste Session? Heute, 19.14 Uhr. Ja, das schaffe ich nicht. Aber ich werde, nächste Woche, Boris, werde ich einmal Porsche Cup fahren, okay? Echt? Ich fahre, ich fahre nächste Woche eine Session Porsche Cup, wenn es gut ist, fahre ich einmal in der Woche Porsche Cup mit meiner Community. Bei euch. Deal. Deal, Deal, Da fahre ich auch mit. Das würde mich freuen, Boris. Dann lass uns doch einfach mal alle einsacken. Wie wäre es denn, wenn wir Evo mitnehmen, den alten Crash-Piloten? Evo? Ja, der kann ja so schon kein BMW fahren. Ich glaube, der kommt mit dem Porsche nicht mehr aus der Box. Okay. Ja, dann machen wir das so. Das ist doch schön. Ich persönlich, also ich selber, als Dizzy, habe mal eine Frage. Was kostet denn der Spaß, so einen Monat, der so berappt werden muss, für diese Server, die einfach insane sind? Ähm, ja, das ist wahrscheinlich weniger als die meisten glauben. Wir haben nämlich das große Glück gehabt, dass wir den Game-Server gesponsert bekommen haben, von Anfang an. Das war, glaube ich, unser ganz, ganz großes Plus. Das heißt, die Maschine, auf der die Game-Server laufen, zahlen wir nicht. Oh, schön. Läuft einfach, ja, die läuft, ähm, kostenlos für uns. Und, ähm, deswegen, also auf der Kiste laufen teilweise 30, 40 ACC-Server parallel. Das ist halt einfach insane, was da passiert. Und, äh, der Rest, also wir haben drei Web-Server mittlerweile, also einen für das Frontend, einen Datenbank-Server und einen Backend-Server. Und die zahlen wir. Also die laufen ganz normal bei einem Host, bei einem Server-Hoster. Und, ähm, ich glaube, insgesamt kosten, sind wir, lass mich nicht lügen, aber bei 300 Euro im Monat, die wir aufbringen müssen. Nur für die Technik. Okay. Also das geht noch, sag ich mal. Das ist jetzt noch nicht, äh, im Bereich, wo man sagen muss, um Gottes Willen. Ähm, von daher, es trägt sich auch alles aktuell. Es funktioniert. Und, das ist, äh, das Allerwichtigste. Äh, wo kann man sich denn solchen, äh, so einen richtig abgespaceden, geilen Server holen? Äh, zum Beispiel bei Hetzner. Okay. Also, Hetzner, ähm, die nutze ich schon seit Ewigkeiten, die nutze ich auch, äh, in meinem Job. Das sind die, die Firmenserver, die wir dort haben, sind auch bei Hetzner gemietet. Ähm, die haben einen super Service, die haben gute Geräte und eigentlich noch einen, einen echt guten Preis für das, was sie liefern. Und die, die ganz große Maschine, wo die Gameserver drauflaufen? Die steht in Hamburg. Okay. Bei, bei einer komplett unabhängigen Firma. Ah, okay. Die machen, die machen so Cloud-hostigen Geschichten und sowas. Und, ähm, das hat damals Arne eingefädelt, witzigerweise. Weil Arne ist ja auch seit Tag 1 bei uns gefahren. Ja. Und ein Kollege von ihm, der wusste, der arbeitet da in so einer Firma und die machen da so Serverkrams und so. Ja. So, kennst ja Arne. Ja, ja. Und der hat dann irgendwie den Kontakt hergestellt, so, ähm, ja, ob die nicht Bock hätten, da irgendwas für uns zu machen. Und so ist das dann entstanden. Dann hatte ich Kontakt mit, mit den Jungs und, äh, das hieß dann, ja klar, was willst du haben? Stell mal hin. So war das. Und dann haben die mal eben einen Server gekauft. Und haben die da hingestellt. War schon geil. Wie, einfach so? War sehr cool. Ja, einfach so. Die fanden das cool, weil die waren auch alle motorsportbegeistert und so und finden das cool, was wir da so machen. Und, äh, dann haben wir einfach so den Server dahingestellt bekommen. Ah, das ist doch toll, oder? Richtig, richtig geil, ja. Ja, und danke geht nochmal raus an, äh, Martin und Jan. Ihr seid die Besten. Das sind die, weil das war, ich denke, ohne die, ohne die wäre das nicht so explodiert, weil wir konnten halt ohne groß, äh, Kosten zu haben, die Server richtig aufbohren. Gerade auch, was die Sessions angeht und so. Sonst hätten wir Server bieten müssen, dann hätten wir wieder Kostenprobleme gehabt. und, äh, Ja. Da muss ja ein richtiger Apparat stehen, oder? Dann? Oh, der ist so heftig krass, ist der gar nicht. Das ist ein AMD, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, 5900, irgendwas, 5950X, irgendwie so. Bin nämlich nicht mehr alles täuscht, das ist schon eine Weile her. Und, 256 GB RAM und, äh, 2 TB SSD, mehr ist das nicht. Aber halt, was große Vorteil ist, so 10 GB Anbindung. Direkt am Backbone in Hamburg. Ja. Deswegen sind sogar die Verbindungen nach USA relativ gut. Ja. Die haben zwar alle gelbe Pings, aber sehr stabil. Das stimmt, ja. Ja. Das, das finde ich gut, also, äh, da kann man schon mal klappen, weil ohne die Boys und Girls oder Menschen, Auf jeden Fall. wäre das halt echt gar nicht so, wie es ist heute, ne? Richtig. Ja, ohne, ohne den Server, denke ich, wenn wir dann mit unserem V-Server weiter rum hätten krebsen müssen, äh, der wäre uns irgendwann um die Ohren geflogen. Und, äh, dann hätte das nie, nie so funktioniert, wie wir jetzt sind. Also, es war ein Zusammentreffen vieler glücklicher Umstände, dass LFM so gut funktioniert. Ich denke, das ist auch was, das kannst du nicht planen. Das, das passiert einfach. Äh, wie sagt man, wie sagt man immer, arbeite so hart, dass, äh, wie war denn das mit, dass das Glück nicht Glück ist, sondern, naja, du weißt, was ich meine. Ihr habt ja genug reingesteckt dafür, dass die Leute da auch etwas sind. ich meine Arbeit, Arbeit steckt da mehr als genug drin. Also, ich denke, wenn ich meine Arbeitszeit aufrechnen würde, auf das, was ich, äh, zum Beispiel, meinen Arbeitgeber koste, auf die Stunde, ja, dann wären wir mittlerweile bei einer Viertelmillion locker. Oh, der feine Herd aber auch nicht, der feine Herd aber noch an den Stundenlohn. Ja, du weißt ja nicht, wie viel ich da reingesteckt habe, an der Arbeitszeit. Ja, doch. Also, das ist, also, ich kann sagen, wenn ich nicht streame abends oder fahre, ja, dann habe ich, ähm, einen zweiten Arbeitstag. Also, ich arbeite für die Firma und daneben mache ich nochmal einen ganzen Arbeitstag für LFM. Ja. Aber es ist schön, dass du jetzt auch da noch Unterstützung kriegst in dem Bereich. Auf jeden Fall, ja. Einige von euch kennen ihn sogar. Das ist der, äh, Herr Crodonas. Der ist ja jetzt auch bei uns im Team und der ist auch Webentwickler und, äh, der unterstützt mich jetzt im Frontend. Was schon mal sehr, sehr geil ist. Schön. Ja. Gibt es dann vielleicht bald einen neuen Look? Ja. Oh, yes. Finally. Yes. Geil, ey. Ja, wir machen einen kompletten Relaunch vom Frontend, ja. Ich habe Herr Crodonas gestern gerustet. War das ein Zufall? Ja, war es ein Zufall. Wusste ich gar nicht. Wurde sich extra anstrengend. Jetzt muss er sich extra anstrengend. Ja, geil, ey. Ich freue mich drauf. Was habt ihr denn sonst noch, also, erzähl mal einen Schmank. Was habt ihr denn sonst noch geplant, Boris? Ah, geplant ist so einiges. Ich meine, wir haben ja noch was auf dem Plan stehen, ne, gerade jetzt im Oktober. Schnotte. Ja, im Oktober. Ja, im Oktober. Mhm. Da, da, da findet ja erstmal was statt und, ähm, wir haben für den Winter haben wir noch was auf der Matte stehen, da kann ich aber auch noch nicht so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, ähm, es wird einige wundern, dass wir das machen. Und, äh, ja. Nächstes Jahr, schauen wir mal, da wird noch ein bisschen was kommen. Und, wir sind gerade dabei, äh, für die R-Faktor-2-Jünger da draußen, ähm, R-Faktor-2-Evitaille noch einzubinden. Das hab ich gelesen. Das hab ich gelesen und es war wirklich so. Das war auch eine Riesenwelle, die ich da losgetreten hab, ne? Ich lag morgens im Bett, äh, äh, guckte so drauf und machte so durch und denk mir so, ach so, R-Faktor auch noch. Alles klar, Boris, viel Spaß. es war wirklich, also, das Ding ist ja, R-Faktor ist ja quasi auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen tot. Das wäre dann die, äh, zweite Sim-Racing-Community, die du eventuell, oder ihr ja jetzt mittlerweile zum Leben erweckt. Das wäre, ich sag mal, das ist eine Challenge bei R-Faktor-2. Eine richtige Challenge, weil, ähm, R-Faktor-2 hat viele Tücken, ja, viele, die R-Faktor schon mal in der Hand hatten, wissen das. Aber, ähm, ich find R-Faktor an sich vom Fahren her und sowas eigentlich ziemlich cool und gerade, äh, dadurch, weil das eben auch frei für Bots ist, hast du halt eine Riesenauswahl an Fahrzeugklassen, Strecken, weiß der Geier, Nordschleife und so weiter und so fort und ich denke, ähm, mit der Community im Rücken, die wir schon haben und das, äh, R-Faktor-Rennen einfach zugänglich zu machen, könnte das funktionieren. Also, ähm, ja, mach du. Und das ist so eine Challenge für mich, um zu sehen, kriegen wir das hin oder nicht. Okay. Ich beantrage schon mal Le Mans und Nordschleife, danke. Ja, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, ich weiß nicht. Wenn wir das an den Start kriegen, dann sind die zwei Sachen auf jeden Fall am Start. Schön, geil. Ähm, der Kranhaken hat gerade gesagt, du sollst mal die R-Faktor-2-Discord-Geschichte erzählen. Die R-Faktor- Ja, das war, äh, ich meine, du hast ja den Tweet gelesen, ich glaube, das war eine Antwort auf den Suzuki, Ja, genau. Den meinst du, genau. Ja, genau. Und, äh, das Ding hat ja richtige Wellen geschlagen. Das ist überall, ja, auf Twitter, äh, OvertakeGG hat ein Video über meinen Tweet gemacht. Und, äh, der R-Faktor-2-Discord, der offizielle, da haben die Leute auch sehr drüber diskutiert, was einigen Leuten da nicht geschmeckt hat, ja. Und, äh, ich bin irgendwann Anfang der Woche auf den Discord gejoint, einfach, um die Community dort mal so ein bisschen unter Lübe zu nehmen und eventuell ein bisschen technischen Support zu kriegen von Leuten, die sich schon auskennen mit dem ganzen Kram. Ja. Und, ähm, das Erste, was dann kam, war, äh, mir wurde Inkompetenz vorgeworfen. Ähm, und, äh, das wäre doch kein LFM-Discord und, äh, ich soll doch auf dem LFM-Discord weiter diskutieren. Und soll wieder gehen, so auf gut Deutsch. Das war meine R-Faktor-2-Erfahrung, die ich gemacht habe diese Woche in der Community. War sehr interessant. Ja. Aber hast du vorher irgendwas geschrieben? Nein, gar nicht. Ich kam, ich kam auf den Server und hab gesagt so, hallo, da bin ich. Die Leute, ich meine, die scheinen mich zu kennen mittlerweile, ja, wer ich bin. Und, äh, da ging es halt direkt los. Es waren so zwei, drei Mann, die halt direkt auf mich eingedroschen haben. Ähm, so Gatekeeping, weißt du? Die hatten Angst, dass einer ihre geliebte Sim wegnimmt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da in den Leuten vorgeht. Aber ich denke, am Ende, ganz doch für R-Faktor auch nur, oder für die Community an sich, wenn es denn funktioniert, was wir da machen wollen, ja nur von Vorteil sein. Deswegen verstehe ich nicht, dass man dann von vornherein draufdrischt. Hast du vielleicht mal geguckt, ob die gebannt sind, äh, bei LFM? Ne, sind sie nicht. Ach so, naja, hätte ja sein können, dass das daherkommt oder so. Ich weiß nur, dass der eine selbst irgendwie eine Webseite am Start hat und ich denke, daher rührt vielleicht, äh, ja, ist ja auch egal. Also ich sag mal, du hast ja mehr als genug Menschen, äh, sehr glücklich gemacht und die decken dir den Rücken und würden dir, glaube ich, nicht in Kompetenz, äh, äh, ans Bein binden. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also ich denke gerade, auch viele, die jetzt ACC fahren, glaube ich tatsächlich, wenn wir das anbieten, dass viele sich das anschauen werden. Das kann ja für R-Faktor nur förderlich sein. Also ich würde rein. Ja, ich, ich ja auch. Also ich finde R-Faktor echt nicht schlecht. Das Problem ist, keine Ahnung, wie man da richtige Online-Rennen fährt. Ich auch nicht. Aber für so einen Nordschleife-Jerby oder Le Mans würde ich mich auf jeden Fall, da wäre ich mit dabei. Definitiv. Definitiv. Ja. Definitiv. Oder eine Imsa-Serie so. Speaking of, wie kam eigentlich die, wie kam eigentlich die Idee, dass wir sonntags ein Endurance-Rennen haben, was voll automatisiert läuft? Was übrigens, by the way, total insane ist, okay, wenn man jahrelang gefahren ist und man kennt nur dieses, ich muss in tausend Discords mich anmelden, 25, äh, dies und das, Dingeldong-Join und, äh, ja, dann auf einmal kommt LFM um die Ecke, ähm, hey guys, Sonntag könnt ihr eigentlich immer vollautomatisiert Endurance-Rennen fahren. Wie kam das zustande? Wer hat denn diese fluffige Idee gehabt? Wen muss ich küssen? Die Idee war tatsächlich meine, ja. Weil, ähm, ja, Endurance ist halt immer geil und wir hatten halt die Idee, es war gerade Season-Pause oder, nee, es war in der Season davor, genau, bevor wir es eingeführt haben, da haben wir einen Gedanken gemacht, was können wir eigentlich noch Geiles raushauen, was uns nochmal so ein bisschen abhebt von allen anderen da draußen. Und dann, ähm, ja, kam halt die Idee auf, lass mal Endurance-Rennen fahren. So automatisiert. Wir hatten damals auch, äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Maximilian Wohlmut? Kennst du? Vom Namen her wahrscheinlich? Namen sagt mir was, ja. Ja, ja, der, der hat das mitgekriegt und hat sich dann auch eingeklinkt und hat uns so ein paar Ideen mitgeliefert, wie wir das vom Zeitplan und sowas aufstellen können, wie das funktionieren würde für die Leute, ähm, was wir dann, wo bei uns auch dran angelehnt haben, wir haben erst geplant, Freitag und Sonntag zu machen, aber ich glaube, die Entscheidung ist, nur Sonntag zu machen, war besser. Ja. Sonst splittest du das noch weiter auf, auf zwei Tage. Ja. Ähm, und, äh, dann hab ich mich dran gesetzt und hab dann unsere, unser System teamfähig gemacht und, äh, dann haben wir das Endos rausgeknüppelt, ja. Macht man halt einfach mal so. Ja, easy. Nein, easy war's nicht. Wollte ich grad sagen. War tatsächlich, war tatsächlich ein bisschen problematisch, weil, äh, man kennt ja die ACC-Problematik mit den Entrylisten und so weiter und so fort, ja. Mhm. Ähm, wobei das, das geringste Problem war, ähm, dass das Problem war am Ende die Rennergebnisse den richtigen Autos zuzuordnen und so. Das war alles ein bisschen, ein bisschen Struggle und wir haben jetzt auch immer noch Probleme, wenn jetzt ein Team die Entrylisten schießt, ja, und ist doppelt auf dem Server, dann stehen die zweimal im Ergebnis drin und kriegen meistens minus 300 Elo pro Fahrer. Ist schon bitter. Und, ähm, da muss ich nochmal ran, weil aktuell muss ich das dann manuell korrigieren und das zweite Auto sozusagen aus dem Ergebnis streichen und nochmal neu berechnen lassen. Das ist gerade am Sonntag passiert. Äh, ich glaube, Mavix, sein Team, war das. Ja, wollte ich gerade sagen, die haben noch 300 Elo minus gekriegt. Ja, ja, genau, das war ja gerade am Sonntag, war das, ist das mit Mavix passiert und, ähm, Mavix war natürlich der Erste, der mir im Discord nach dem Rennen geschrieben hat, äh, guck mal, das kann nicht stimmen, wir haben minus 300 Elo bekommen. Äh, ja, und dann habe ich das natürlich direkt korrigiert, hätte ich auch so gemacht. Also, ich mache das sonntags immer nach den Rennen, gucke rein, ob da irgendwo irgendwas schiefgelaufen ist und korrigiere das. Also, so ganz 100% vollautomatisiert ist es dann nicht, weil man muss vielleicht nachher nochmal was manuell korrigieren, aber ich denke, so wie das aktuell läuft, ist das schon mal sehr gut. Äh, schöner Vorschlag aus dem Chat, einfach ins Regelwerk schreiben, dass Entry, äh, Entrylisten Schüsse mit 300 Elo bestraft werden. Das wäre die einfachste Variante, ja. Da kann man es einfach so lassen. Ja, eben. Da muss ich nichts mehr machen. Das ist eine gute Idee, ja, machen wir. Ja, das ist die einfachste Lösung. Das ist doch Bugfixing am Kunden. Ja, richtig. Schön. Einfach Buggefixen, einfach hinschreiben. Ja. Easy. Richtig gut. Gute Idee. Wir haben da ja noch was vor, Boris. Ja. Also, wir sind ja, wir kennen uns jetzt auch, wie lange kennen wir uns jetzt beide? Zwei Jahre? Nee, ein Jahr? Anderthalb? Anderthalb, würde ich mal sagen. Anderthalb, ja. Nee, war ein Jahr anderthalb. Anderthalb, ja. Anderthalb, ja. Wir haben ja letztes Jahr gemeinsam, also ihr als auch ich, gemeinsam ein 24-Stunden-Rennen veranstaltet namens Wurstwurst. Und das war ja schon, das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wir haben uns ja, Anfang dieses Jahres bin ich ja zu dir hingestiefelt und hab gesagt, Boris, können wir uns mal hinsetzen? Wir müssen mal reden. Ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir was sehr Schönes zusammengebaut mit ganz vielen tollen Menschen von LFM und noch ein paar Menschen von mir und von Yeet und hatten so eine fluchsige Idee. Und das Schöne ist ja immer, wenn man sich mit LFM zusammensetzt und eine Idee hat, wird das meistens umgesetzt. Also wenn sie nicht so beschissen ist. und also beschissen im Sinne von totaler Reinfall. Ja. Wir haben uns ja jetzt dazu entschlossen, am 29. Oktober diesen Jahres gemeinsam ein Rennen zu veranstalten. Ja. Und das Ganze haben wir ja auch noch mit einem eigenen Namen versehen, weil da ja noch ein Hintergedanke dazukommt. Korrekt. Was wäre denn dieser Hintergedanke hinter dem Namen VEM Virtual Endurance Masters, Boris? Dieser Hintergedanke, ja, da wären wir dann im nächsten Jahr. Und ja, wir haben uns ja Gedanken gemacht, Disi und wir zusammen und haben gesagt, lass mal eine Endurance-Serie starten. Eine schöne. Eine schöne mit Konsoren, mit Preisen und mit schönen Rennen und ja, das werden wir jetzt durchziehen. Und dann gibt's die erste Saison nächstes Jahr. Im Frühjahr. Also, es geht, glaube ich, im Frühling los, haben wir gesagt. Im Frühjahr, ja. Geht im Frühling los. Ja, im Frühling geht's los. Wir werden, also, die Idee ist, dass wir den 29. nutzen werden, um für uns Benchmarks zu sammeln. Genau. Also, also wirklich, damit wir genug Daten haben, um zu gucken, wie es aussieht, wie es läuft. Wir haben uns jetzt sogar nach Gesprächen mit den Unicorns of Love dazu entschieden, dass wir aktuell an einer Bob arbeiten. Genau. Wir ziehen jetzt, also, da kann Boris ja gleich nochmal im Detail was zu sagen, weil er das jetzt im Backend gemacht hat, aber wir werden für das Rennen am 29. Oktober eine Custom Bob haben. Richtig. Weil sowohl Boris als auch LFM als auch meine Wenigkeit haben keinen Bock, dass das auf der Strecke ein Porsche Cup wird. Und weil wir, Moment. Weil wir Bock haben, dass Teams da draußen ihre Autos fahren können, die sie von ihrem Team, mit dem, also mit ihrem, weiß ich nicht, Pro-Team oder welches Team auch immer ihr Auto fahren können, arbeiten wir gerade gemeinsam an einer Custom Bob, dass jeder sein Auto fahren kann. Genau. So sieht's aus. Also, es wird am 29. 100%ig eine Custom Bob geben. Ja. Das ist so sicher wie, wie sagt man, so sicher wie das Arm in der Kirche, dass wir eine Custom Bob fahren werden. Ja, und rausfahren werden die natürlich die ganzen Super Aliens. Deswegen haben wir einen eigenen Server dafür eingerichtet. und wir werden sozusagen die Rundenzeiten, die gefahren werden, mit den Autos auswerten und dann Gewichte verteilen und dann eine neue Runde starten und so weiter und so fort, bis wir dann auf einem Level sind, wo wir sagen können, okay, jetzt sind sie alle relativ ebenbürtig. Ja, so ist der Plan. Allerdings kommt er jetzt dazu, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dass Kudus ja ein BOP-Update bringt. Das ist richtig. Zeitnah. Zeitnah. Da müssen wir dann natürlich gucken, wie wir darauf reagieren. Richtig. Deswegen, denke ich, warten wir jetzt ab, bis das Update da ist, weil das kommt ja jetzt wahrscheinlich diese Woche, nächste Woche, irgendwann soll ja da was kommen. Und wenn das da ist, dann gehen dann die offiziellen BOP-Fahrten los, würde ich sagen, weil vorher macht es keinen Sinn. Genau. Weil wir nicht wissen, wie sich das verhält. Die Zeiten könnt ihr auch alle, für alle, die angemeldet sind für das Event, die könnt ihr auch in dem Event sehen. Die BOP-Zeiten. Aktuell noch nicht. Es ist noch nicht freigeschaltet. Aber, das heißt, wir machen das voll transparent. Jeder kann sehen, welches Auto die schnellsten Zeiten gefahren hat. Und ihr seid dann immer up to date. Und auch, welche Bob da gerade applied ist auf dem Server. Das heißt, welches Auto gerade wie viele Kilos hat. Und jedes Mal, wenn wir ein Update machen von der BOP, wird das wieder genullt und es geht von vorne los. Genau. Bis wir auf einem Level sind, wo wir sagen sollen, jetzt passt das. Genau. So ist der Plan. Und das machen wir jetzt. Der Testballon läuft bis Oktober. Also genau das Enddatum haben wir jetzt noch nicht festgelegt. Aber wir werden alles transparent mit euch kommunizieren. Es wird ein Discord geben, wo diskutiert werden kann. Übrigens, bei Fehlverhalten ist sofortiger Ausschluss, by the way. Also das, was bei der LFM gilt, gilt dort halt auch. Also sachliche Diskussion, weil das soll für euch sein. Wenn da irgendwelche Babys rumcrying oder nicht diskutieren können, wird das sofort im Keim erstickt, weil das brauchen wir nicht. Genau. Richtig. Wir wollen ja hier eine professionell aufgezogene Serie an den Start bringen und daher erwachsen. Richtig. Nächstes Jahr wird wild, Boris. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich da auch mega drauf. Es ist zwar viel Arbeit, aber am Ende, wenn dann die Events laufen, ist es halt immer schön. Das ist dann immer so, dass dann weiß man, das hat sich gelohnt. Mit einem schönen, vollen Grid. Also, weil die Frage gerade aufkam, bezüglich der Splits, ob es nächstes Jahr Splits geben soll in der VEM. Ich weiß gar nicht, sind wir uns da bisher schon einig drüber? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht ausführlich diskutiert. Ausführlich diskutiert haben wir das noch nicht. Allerdings bin ich, wenn ich ehrlich bin, dagegen. Ich auch. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, das soll ja so das Nonplusultra sein, ja, für die Fahrer da draußen. Das heißt, man muss sich seinen Spot da drinnen verdienen, dass man da mitfahren kann. Das heißt, wirklich die Top-Leute am Start sind. Und, ja, genau deswegen bin ich da gegen Splits. Vor allem sind Splits immer ein riesen Organisationsaufwand, gerade bei so einem Event. Wenn du Live-Reko bei zwei 24ern gleichzeitig machen musst, das ist halt Manpower-Technisch ein bisschen schwierig. Also es wird bestimmt noch, also wie gesagt, ihr bekommt, es ist noch nicht alles hundertprozentig festgelegt. Wir haben, also wir sind oft in Gesprächen drinnen. Wir gehen das wirklich alles durch, damit das das bestmögliche Ergebnis für euch wird. Also wir wollen das nicht hinscheißen und sagen so, hier friss oder stirb, sondern wir möchten, dass ihr Spaß daran habt. So zum Beispiel auch bei der Bob. Wir sind aktuell, wie gesagt, wir reden mit, wir haben mit Unicorns darüber ein sehr ausführliches Gespräch geführt, weil Niklas Huben auch gerade geschrieben hat, ist das jetzt Quali-Bob, ist das Renn-Pace, ist das Tire-Bob. Wir haben mit den Unicorns, die waren so nett, Küsschen geht raus, die haben sich darüber wirklich sehr viele Gedanken gemacht, die haben uns das alles mit den Fahrzeugen erklärt, aus einer Sicht von professionellen Fahrern, wie das mit dem Reifenabfall bei verschiedenen Autos ist, wie das aussieht in der Qualifikation, welches Auto da am schnellsten ist, wie es nachher mit der Renn-Pace aussieht im Zusammenhang mit den Reifen dann, dass das langsamer wird. Also wir beziehen wirklich, wir holen uns von überall aktuell Feedback ein, wo wir uns Feedback einholen können und versuchen, das Bestmögliche dann für euch da draußen zu bauen, mit euch zu bauen, weil wir sind ja darauf angewiesen, dass ihr das quasi auch fahrt. Genau. Und so wie Boris vorhin auch gesagt hat, wir kommunizieren das alles transparent. Also das ist für euch und ihr dürft da genauso dran mitarbeiten und reden, wie sowohl Boris als LFM als auch ich sprechen darüber. Habt ihr die Möglichkeit, überall euren Senf dazu abzugeben, solange es sachlich und erwachsen ist. So sieht es aus. Ja. Das ist das Allerwichtigste, sachlich und erwachsen und nicht, warum habe ich jetzt 20 Kilo auf dem Auto? Das ist doch scheiße. So, das ist halt sinnfrei. Genau. Da muss man ja schon, ja, und Niklas hat es ja angesprochen, natürlich werden Faktoren wie Tire Drops und Renn Pace da mit einbezogen in die ganze BOP-Kiste. Genau. Weil sonst wird es ja, wenn du halt nur auf eine Runde gehst, ja, dann, das bringt halt nichts. Das wird alles mit einberechnet. Genau. Und deswegen ist es auch super wichtig, also sowohl Boris als auch ich, wir versuchen gerade so viele, sag ich mal, befreundete Teams wie möglich zu kontaktieren und mit denen darüber zu sprechen, schreiben Notizzettel, Boris, macht das für euch fertig, dass ihr dann alles einsehen könnt auf der Homepage, das Discord wird fertig gemacht, dass ihr da drinnen diskutieren könnt und ich bin ein bisschen Hype, muss ich sagen. Ich auch, das wird auf jeden Fall gut, das wird sehr gut und es wird halt auch für jede Strecke, die wir im Kalender haben, eine BOP geben, also es wird keine BOP über die Season, sondern halt für jede Strecke, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Genau. Ja, also soweit es möglich ist, ja, ich meine, ACC ist da immer ein bisschen, genau, irgendeiner wird sich immer benachteiligt fühlen, das ist halt leider so, aber, ja, richtig. Ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren? Naja, also im Grunde genommen ist wirklich das Wichtigste da draußen an alle Menschen, die halt teilnehmen, ihr nehmt da nicht umsonst teil, ihr trainiert nicht umsonst und ihr könnt euer Auto fahren, was ihr fahren wollt. Also ihr müsst nicht gucken, dass ihr den schnellsten Wagen auf dem ganzen Planeten dafür findet. Genau. Und weil wir das, weil die Frage auch kam, in der Season, also ihr könnt gerade eure Fragen stellen, die Season hat feste Autos, es ist kein Cherrypick. Einmal anmelden, Auto und Team bleibt gleich. Genau. Und Regularien, äh, wie immer, sehr gut. Also das Regelwerk, also das Regelwerk wird sich nicht großartig ändern, diesbezüglich, für nächstes Jahr. Und, äh, wegen der Anmeldung, by the way, es wird, und da sind wir uns beide, oder LFM und ich sind uns da auch einig, wir haben VIP-Slots, weil wir natürlich unsere, sag ich mal, Liebsten gerne einladen möchten. Es wird auch offene Slots geben. Genau. Aber mit, äh, Mindestrating und so weiter und so fort, wie man es schon kennt. Also das Übliche. dass, dass, dass die V, also das VAM-Test-Event jetzt Elo offen war, ne, das, äh, ist jetzt so, für das, ähm, eigentliche Event wird das aber nicht so sein. Also für die Serie nicht. Da werden wir die Elo-Grenze schon, äh, auch bekannt geben, dass ihr wisst, äh, wo ihr, wo ihr stehen müsst, um mitfahren zu können, ja. Zeitpunkt, also wichtig ist, dass die Elo, äh, oder die Ratings, Safety Rating und so, halt zum, Zeitpunkt der Anmeldung, ähm, vorhanden ist. Nichtsdestotrotz werden wir uns aber auch vorbehalten, wenn einer danach wieder einen Extreme-Drop dahin nimmt, ja, ähm, den aus der Serie zu entfernen. Also die Leute sollten dann schon gucken, dass sie auch, äh, auf ihren Levels bleiben und, äh, nicht einmal es erfahren, schnell anmelden und dann, egal, jetzt kann ich wieder, ne, das wollen wir nicht. Genau. Also wir, das Ziel dahinter, ähm, ist es wirklich eine, äh, eine Liga zu schaffen, wo es A, respektvollen Umgang miteinander gibt, richtig schönes, juiciges Racing, damit, äh, Sabi, äh, einen Stift im Schlipper zu stehen hat, äh, und natürlich auch der Englischsprachige Bereich, weil es gibt ja jetzt auch einen englischen Caster, hab ich gesehen. Ja. Finde ich sehr sexy übrigens. Ja. Der Mann ist richtig gut. Das freut mich, ich hab leider noch nicht, äh, geschafft reinzugucken. Ja, der ist richtig gut, der hat auch die, ähm, der kommt von der AOR. Der hat AOR kommentiert, viel, und, äh, ich glaub, RCI hat er auch schon kommentiert, und, äh, er hat sich bei uns gemeldet, und er hat gemeint, so, habt ihr nicht Bock, englischen Broadcast, und so, komm, das ist zustande. Und ich denk, das ist perfekt, das ist der logische Schritt, weil wir sind ja mittlerweile eh so international, da brauchen wir auch einen internationalen Broadcast. Finde ich auch. Und der ist top, also John macht das richtig gut. Ich werd mir das mal reinziehen, ich freu mich da drauf. Er ist halt wirklich, er redet ununterbrochen, ne? Der hat, der macht keine Pausen. Der ist ja wie Zappi. Der fällt irgendwann, ja, doch, Zappi macht er immer mal Pausen. Ich mein, in der Stunde, kann's sein, dass er mal 10 Minuten weg ist. Aber das ist Zappi. Zappi ist Zappi. Wollte ich gerade sagen, Zappi. Das musst du sein bei ihm. Ja, das ist wohl wahr. Sollen wir teasern, wie groß der Rennkalender ist vielleicht? Das können wir machen. Ohne irgendwas Spezielles? Warte mal, hast du ihn vor dir? Ich hab ihn vor mir, ja. Soll ich dir den Link schicken, damit es für dich einfacher ist? Ja, schick mal. Ist ja nicht so, als würden wir nur ein, zwei Mal miteinander schreiben. Ja. Also aktuell, haben wir im Rennkalender acht, also acht Rennen. Korrekt. Für nächstes Jahr. Das sind acht Rennen über, äh, über 20, 23. Möchten wir vielleicht die Rennen dauern? Teasern? Das wär jetzt mein nächstes Ding gewesen, ja. Ja, dann bitte. Also wir haben, ähm, von acht, zwölf und 24 Stunden alles dabei. also die kürzesten Rennen sind acht Stunden. Ja. Übrigens alle 24 Stunden wär meine Idee gewesen, aber Boris hat gesagt, nein. Boris hat gesagt, nein. Ich wollte erst, also, es war wirklich meine Idee, äh, es war wirklich meine Idee zu sagen, wir fahren alle acht Rennen 24 Stunden. Ja. Aber, das hatte ich aber, die Idee an sich fand ich geil, aber ich hab mir dann gedacht, gerade wenn du, äh, wenn du die Pro Teams am Start haben willst, die haben nicht Bock, äh, vier Wochen 24 Stunden Rennen zu fahren. Deswegen, ähm, haben wir uns entschieden, das nicht zu machen. Und auch ein bisschen was Kürzeres zwischendurch. Und vor allen Dingen auch, weil, äh, die Reko, weil es würde, äh, Live-Reko geben, dass die halt nicht, Ne? Die Armen. Das ist halt auch nicht immer einfach. Ich meine, du musst erst mal Leute finden, die sich nachts freiwillig da hinsetzen und Live-Reko machen. Eben drum. Also, es ist noch realistisch. Also, ich meine, anfangen wird's mit einer, mit einer acht Stunden. Ja. Also, ganz entspannt. Genau. Das zweite Rennen würde auch entspannt, sind gleich 24 Stunden. Auch ziemlich gut. Dann kommen wieder acht, zwölf, acht, zwölf, acht und der große Burner ist dann 24. Das Finale nochmal ein 24er. Das Finale wird ein 24er werden. Genau. So sieht's aus. Habt ihr diesbezüglich noch Fragen? Dann, äh, stellt eure Fragen. Äh, die Rennen sind übrigens verteilt, äh, die, äh, die Rennen sind verteilt von, äh, März bis Oktober. Und wir haben, so gut wie es geht, und wir sind da auch immer in Rücksprache mit den, äh, Pro-Teams, dass wir nicht mit der Pro-Series und mit anderen groß Überschneidung haben. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir den Rennkalender irgendwie so halbwegs hinbauen, dass, äh, alle ihre Sachen fahren können. Genau. Also wir haben da schon, äh, die großen Serien mit einem bezogen, also Termin, technisch, dass wir da keine Konflikte kriegen. Die wichtigste Frage dabei, wird es Regen geben? Absolut. Wird es geben, ja. Wirklich? Ja. Nur halt nicht so ein Scheiß-Regen mit halbe Stunde so, halbe Stunde so. Ja, das, äh, finde ich auch nicht gut. Also es, also ohne Regen macht es auch gar keinen Sinn. Ich finde, das gehört dazu. Genau. Das gehört einfach dazu, weil das auch immer nochmal mega Spannung reinbringt. Und, äh, deswegen, also Regen gehört gerade bei Endurance dazu. Wie viele Autos? Deswegen wird es auch. Okay, mach du. Entschuldigung. Ja. Also Regen, ja, natürlich. Muss ja spicy sein. Und heiß, würde ich sagen, machen wir auch einmal so richtig schön, äh, Gummischuh. Also so 40 Grad, 44 Grad Strecke. Niklas schreibt gerade, ob ein 24er Punkt tatsächlich mehr wert ist als ein 8er. Das Regelwerk diesbezüglich und der Punktverteilung, das ist ein guter Einwand. Dankeschön, Niklas. Darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Äh, schreiben wir uns auf. Also was, ich sag mal so, letztes Jahr hat so ein gewisses Event stattgefunden, falls ihr euch dran erinnern könnt, wo Menschen aus Versehen vor der Start-Ziellinie eine Bremsung gemacht haben, weil sie, äh, durch ein gewisses Regelwerk kein Extragewicht haben wollten. So einen Scheiß machen wir nicht. Also da geht's um Rennfahren, Penisvergleiche und wer am schnellsten ist, ist auch einfach der geilste Hecht. Okay? Genau. Also das ist wirklich die Quintessenz dieser, dieser Veranstaltung, weil genau so einen Quatsch möchten wir nicht ungern machen. Also da geht's drum, wer der schnellste ist, hat den dicksten Lümmel. Und nicht irgendwelche komischen Gewichte reinpacken oder weißer Geier irgendeinen Scheiß. Wenn du gut bist, bist du gut und dafür sollst du auch belohnt werden und nicht bestraft werden. Aber ich schreib mir das trotzdem mal auf mit der Punktevergabe, Niklas. Das ist sehr schönes Feedback. Darüber werden wir uns mal Gedanken machen. Weil das, das wäre eigentlich eine Sache, die ich ziemlich cool finden würde. Ja. Das, äh, in der Tat. Das macht auch Sinn. Hab ich mir mal aufgeschrieben. Boah, das wird, das nächste Gespräch wird sehr lang. Dann fragt Maxi mal vier Fahrer. Ich denke, wir gehen auf fünf. Wir werden fünf machen aus gesundheitlichen Gründen. Und nicht weniger als vier. Bei den 24ern. Ja. Bei den 24ern. Nicht weniger als. Nee. Aus gesundheitlichen Gründen. Ey, ganz ehrlich, also drei Fahrer ist ja schon fancy so, aber die Leute sollen auch schlafen gehen, Boah. Wir wollen ja nicht das auch noch fördern, dass Menschen da nicht pennen. Boah. Die sind jung. Geht das schon? Ich schreibe das auch nochmal auf, okay? Ich glaube, wir haben da nochmal Redebedarf, ja? Ja. Ja, da können wir nochmal, aber das sind dann so die Feinheiten, die dann noch kommen. Ich meine so, das grobe Konstrukt steht ja schon komplett. Genau. Und jetzt gerade wertungstechnisch, Punkteverteilung und so weiter, das kommt noch. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, was da kommen wird und dass es geil wird. Da gehe ich mal schwer davon aus. Ich auch. Ja. Ich habe ja noch was gelesen, Livery-Tool. Ja, tatsächlich, das wird kommen. Allerdings mache ich den Desktop-Client nicht. Da sitzt ja mal ein anderes dran, deswegen kann ich nicht sagen, wie lange der noch braucht. Serverseitig sind wir fertig, was die Liverys angeht. Das Desktop-Tool wird auch noch kommen und dann haben wir schön sowas wie Trading Pains am Start. Nice. Ja. Ich lese gerade, wir müssen eh wahrscheinlich auf drei gehen, weil es gibt wohl Pro-Teams, die fahren nur mit drei. Ja. Dann wären wir da wohl... Das wäre auch mein Anspruch gewesen. Drei? Dann entscheiden wir das jetzt hier on-stream mit dem Hanseatischen. Also drei Mann. Drei bis fünf. Okay, drei bis fünf. Dann haben wir das jetzt... Boos hat nicht eingeschlagen, ihr habt es gesehen. Deal. Okay, Boos hat... Okay, wir haben den Hanseatischen gemacht, dann sind wir bei drei. Die Frage war, wie viele Autos da drin sein dürfen. Also bis jetzt die... Also der Testballon ist mit 50 Autos. Und ich... Also ich sehe ja auch Dizzy bei einem 24er mal mitten in der Live-Reku. Da sehe ich mich übrigens auch. Oder, Chad? Da sehe ich mich übrigens auch. Das hätte ich auch vorgeschlagen. Mal so eine Stunde mit reingehen und reingucken. Stunde? Oder zwei. Das stählen wir noch. Hallo, jetzt... Es tut mir leid, aber als Richter geht das ruckzuck. Du weißt, wie das läuft. Ich banne Leute aus. Ja, ja, ja. Easy direkt. Banne, weg. Auto, raus. Problem gelöst. Ja. Fahrt ihr nicht selber? Also, ähm... Weiß ich nicht, ob wir selber fahren. Das wird sich dann zeigen. Kommt noch euer Rating an. Oh, nein, ey. Ich darf... Ich darf da nicht... Also als Mitgründer und Organisator darf ich nicht mitfahren wegen Rating. Oh, mein. Das wär's. Das wär's, oder? Das wär richtig bitter. Okay, ich hab jetzt gerade 2.500, 4.500. Ich fahr jetzt nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Ja. Damit ich VEM teilnehme da. Also, Chad, Chad, Dizzy ab sofort nur noch Public Server unterwegs. Kein LFM mehr ist vorbei. Nur noch Judge Dizzy. Okay. Nice. Irgendjemand hat da noch irgendwas gefragt, was jetzt schon wieder verschwunden ist. Bezüglich der Discord-Server und der Information für die Bob, das werdet ihr alles auf der Homepage dazu finden. Genau. Beim Event. Genau. Ihr kennt das ja, beim Event auf der Infopage steht alles, was ihr wissen müsst. Links zum Regelwerk. Aktuell steht da noch nichts. Aber das kommt die Tage, sobald wir alles zusammen haben. Genau. Ja. Und auch Link zum Discord, den wir extra für die Serie eingerichtet haben. Genau. Wo der gute Evo einfach das schönste, aufgeräumteste Discord gebaut hat, was es gibt. Mit ganz vielen tollen Sachen. Ja. So sieht's aus. Wenn der was kann, dann ist das Discord-Server einrichtet. Es hat doch jemand gefragt, wie viele Autos wir zulassen in der VEM. Kleines Tag gemeinsamer Nenner auf allen Strecken ist 50. Das heißt, maximal 50 Autos. Genau. Also wie bei dem Testballon. Und auch GT3 only. Es ist GT3 only, erst mal, ja. Wer weiß, was 2024 ist, aber das ist jetzt erst mal nur GT3. Genau. Genau. Mehr ist auch leider da erst mal nicht möglich. Ich weiß, die Leute feiern Multiklass. Ich lese das auch immer wieder. Ah, Multiklass hier, Multiklass da. Meine Erfahrung mit Multiklass ist folgende. Du fängst ein Multiklass-Event an. Alle wollen Multiklass und am Ende melden sich alle GT3 an. Und dann sagst du irgendwann, okay, wir schmeißen mal die anderen Klassen raus, weil da fährt keiner. Das ist immer so der Werdegang von einem Multiklass-Event. Und dann kommt aber wieder, warum haben wir denn eine geile Multiklass mehr? Ja. Wo sind denn die anderen Klassen? Genau, dann machst du eine Multiklass wieder an. Aber warum? Nö, ich will kein, ich will, äh, nö, GT4 fahre ich jetzt nicht. Es hat jemand eine sehr interessante Frage gestellt, äh, eben gerade. Oh, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wird die Elo durch alle Fahrer in einem Team gerechnet oder zählt jeder? Oh, ich glaube, darüber sollten wir uns mal unterhalten. Wie meinst du, für die Anmeldung? Ja, wenn wir jetzt beispielsweise, sagen wir mal, da sind fünf drinnen und die kommen auf 10k Elo zusammen oder ob wir jeden einzeln nehmen. Jeder einzeln. Also wenn wir sagen, wir machen die Elo-Grenze, keine Ahnung, bei zwei, wird es mal ganz grob dahingestellt, bei 2000 muss jeder Fahrer, der sich dort auf einem Auto anmeldet, über zwei sein. Das ist ganz schön wenig. Wollen wir nicht drei machen? Drei? Dann darf ich auch nicht mehr mitfahren. Nein. Da machen wir zwei Live-Rekos jedes Rennen. Ja, geil, Alter, wir sitzen jedes Ding und dann quatschen wir Sappi noch blödevoll. Genau. Großartig. Also, da habt ihr es gehört. Es wird wahrscheinlich doch einfacher sein. Ja. Sind die Fahrer fest oder können sie wechseln von Event zu Event? Ähm. Also ich sag mal so, die Anzahl der Fahrer wird wechseln. Ich denke, wenn du ein Team mit fünf Fahrern anmeldest, die fahren dann keine Acht-Stunden-Rennen. Da werden dann wahrscheinlich drei fahren. Oder zwei sogar, nur bei einem Achter. Also du kannst das, also wir haben das im System ja so vorbereitet, dass du die Line-Ups pro Rennen verschieben und ändern kannst. Aber ich denke, ähm, also Team Hopping wird es nicht geben, definitiv. Also du kannst keinen Fahrer während der Saison zwischen zwei Autos hin und her schieben. Das wird nicht gehen. Ich würde auch sagen, es melden sich fünf an und die fünf sind bis zum Ende durchweg in der Saison auf dem Auto. Genau. Also wenn du das erste Rennen hast, so fünf Mann angemeldet und diese fünf werden bis zum letzten Rennen werden die drinnen sein. Also es wird einen Fahrerpool von fünf geben. Also vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal, dass es vielleicht sechs sind, falls man mal doch, ne, sagen wir mal, einer ist irgendwie im Studium und hat Prüfungszeiten und kann nicht, äh, dass da nochmal ein anderer reingeholt werden kann. Aber mehr als das gibt's nicht. Das macht, das macht Sinn, ja. Ja. Was mit Krankheit? Ja, Benz, natürlich, wenn da, wenn da einer krank wird und so, das kann man ja alles abklären. Dann kann man da schon ne Lösung finden, denke ich. Ja, das ist aber auch wieder so, weißt du, du öffnest die Tür und dann hat jeder auf einmal ne Krankheit, wo es... Ja, wenn du sagst, du hast fünf Stammfahrer plus einen Ersatz. Ja, genau. Mehr gibt's dann halt nicht. Genau, das wollte ich grad sagen, weil sonst kommen die Leute nachher mit, äh, mit Krankenscheinen und so eine Scheiße an dem Discord. Hey, sorry, ich bin krankgeschrieben. Ich bin wirklich krankgeschrieben, so ein eingescannt, der gelber Schein. Ich muss Fahrer wechseln, ich bin krankgeschrieben, ey. Und dann rennen Leute, dann kommen so die, die Nachrichten durchs Internet, äh, Fahrer lassen sich wegen LFM, äh, nee, Virtual Endurance Masters krankschreiben. Ja. Äh, wird es Superpol geben in dem Rennen, was aktuell da ist, also am 29. wird es Superpol geben. Yes. Ja. Ist das Qualifying dazu bis Freitagabend? Genau. Ob das in der anderen Rennserie, äh, so stattfindet, wie gesagt, das ist für uns jetzt erstmal ein Testballon, wo wir so viel Information wie möglich, äh, haben wollen, über, a, euer Fahrverhalten, wie ihr das annehmt, äh, wie das ankommt, et cetera, pp, und der Rest wird dann für nächstes Jahr, äh, entschieden. Äh, warum eigentlich ein neuer Name? Weil Wurstwurst Scheiße geklungen hat. Genau. Ja, also Wurstwurst war schon ein Klassiker mittlerweile, aber für so ein seriöses Event halt nicht passen. Nee. Gerade für Sponsoren und so. Wenn du glaubst, ey, wir wollen hier voll seriös und du uns und so, ja, wie heißt das Ding denn? Ja, Wurstwurst. Okay. Cool. Cool. Thüringer Würstchen. Sponsor jetzt, oder wie? Meika macht das Würstchen, haben wir da auf dem Auto überall stehen. Also sagen wir es, sagen wir es mal so. mhm, wir haben so eine gewisse Agenda. Wir können jetzt nicht das Buch aufschlagen, aber es gibt eine Agenda. Und, äh, für diese Agenda war es notwendig, dass das einen eigenen Namen hat. Also, da sind noch so ein, zwei Goodies, die auf euch warten. Punkt. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn ihr das größte Feuerwerk am 29. seht und auch nicht Anfang nächsten Jahres das größte Feuerwerk seht, sondern vielleicht gibt es zwischendrin nochmal ein Feuerwerk oder man weiß es nicht. Genau. Und deswegen brauchte das, oder haben wir uns dazu alle Mann entschieden, dass wir da draußen einen eigenen Namen machen, eigenes Auftreten, Logos eigen, Webauftritt. Aber, aber man muss dazu sagen, LFM steht immer noch, also so fett oben drüber und dann kommt das so klein, wie die Rennen aufgeteilt sind, VEM. Das ist ganz klar, äh, das ist ganz klar, äh, definiert. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir nächste Woche irgendwie drei verschiedene Internetseiten haben oder so. das gehört zusammen und das bleibt auch zusammen. Also genau so. Das sind ja sozusagen Ausrichter von dem ganzen Ding. Genau. Oder so, wie man das nennen mag. Ist das Team, ist das Rennen oder Event nur für Pro Teams? Nein, absolut nicht, da kann sich jeder anmelden. Jeder. Also wenn du die, wenn deine Voraussetzungen passen, deine Ratings passen, kannst du dich anmelden. Genau. Wenn du keine Scheiße machst, fliegst du auch nicht wieder raus. So sieht's aus. Wichtig, Leute, ganz wichtig, kann ich auch gleich vorab sagen, wenn jemand sich dort anmeldet und, äh, während der Season bei LFM gebannt wird, der fliegt natürlich auch aus dem Event. Dö, 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 dö. Ganz wichtig. Wird das gestreamt? Also immer brav sein. Wird das gestreamt? Wir versuchen das so gut wie möglich zu covern, wie immer. Inwiefern, ob das jetzt englischen Stream gibt oder was auch immer, das werden wir alles gewahr werden, das muss noch besprochen werden, logistisch im Hintergrund. Natürlich versuchen wir das so gut wie möglich für euch zu machen. Wir sind auch gerade am überlegen, oh, das ist vielleicht eine Sache, wo der ein oder andere aus dem Chat eine Idee hat. Wir sind auch am überlegen, dass wir das für euch in irgendeiner Form hinkriegen, dass das wie ein Radio für euch ist. Dass ihr einen Discord-Channel joinen könnt und dann könnt ihr beispielsweise Sappi seinen Stream hören, wenn ihr unterwegs seid. Wir haben leider noch nicht die Möglichkeit gefunden, wie wir das umsetzen können. Ich weiß, dass das irgendwie geht. Falls irgendwer eine Idee hat dazu, wir würden euch das gerne nur als Audio, wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, geht einkaufen, fährt Autobahn oder so und möchte das Rennen hören oder die Rennen hören, dass wir euch die Möglichkeit dazu bieten. Also, falls irgendwer weiß, wie man das eventuell ins Discord kriegt, dass da einer wie Radio läuft, wäre das mega geil, falls ihr uns da Feedback geben könntet. Weil das ist ein Feature, was wir sehr gerne mit anbieten wollen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Da sind wir auch noch... Ich hab auch schon eine Idee. Ich hab auch schon eine Idee. Ja, Ideen hatten wir... Mir fällt da gerade was ein, ja. Ich werd das mal testen. Hammer. Monatelang haben wir da... Oh, aber jetzt gerade fällt mir was ein. Geil, Boris. Zum richtigen Moment. Ja, normal. Mich hat ja keiner gefragt. Du saßt da mit drinnen, du Piephahn. Echt? Boris. Vielleicht hab ich da gerade Bier getrunken oder so. Boris einfach. War ich da mit drinnen? Ja, du, ich bin 43 dann. Weißt du, Kurzzeitgedächtnis und so. Langzeitgedächtnis ist da nicht mehr so. Okay. Ich verstehe. Ja, dann ist es ja... Auch noch. Ey, weißt du, ich hab mir wirklich... Zwischendurch, man versucht ja irgendwie was zu finden und zu googeln. Immer wenn man daran denkt, so, du findest nichts und jetzt sitzt du hier, fragst halt die Leute da draußen, hat irgendeiner eine Idee und dann Boris, na klar. Dann hätte ich mir das auch gerade klemmen können. Ja. Großartig. Schön. Wie wird das Quali-Format laufen? Einfach eine Stunde Go oder Q1, Q2, Superpol. Ich muss sagen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin kein Fan von so aufgeblasenen Qualifying-Sessions. Weil das macht, das zieht das Ganze unnötig in die Länge. Und am Ende warten alle nur, ja, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und wer muss jetzt? Und so weiter und so fort. Also wenn, meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Dissi, wenn, dann machen wir maximal Superpol. Also Quali-Session plus Superpol fertig. Da sind wir uns beide einig und beide auf einem Blatt Papier, weil wer hat schon Bock auf den Freilag, sich zwei Stunden mit dem Quali zu beschäftigen? Ja. Also wenn man... Ich finde das immer so kontraproduktiv. Viele vergessen es dann, auch scheiße, heute war ja Qualifying. hatten wir auch schon. Also ich meine, wenn man zum Beispiel Michel Behrendt heißt und fährt eine Runde und das ist seine schnellste, was soll der danach noch drei Stunden warten? Und es gibt ja viele Fahrer. Also es ist halt, angedacht war jetzt das Qualifying, haben wir glaube ich eine halbe Stunde gesagt, plus Superpol, ne? Ja. Für Watkins? Ja. Ja. Da war das eine halbe Stunde, Superpol, fertig, Feierabend. Warte, warte, wir haben es doch aufgeschrieben. 45 Minuten, ne 45 Minuten Quali und Superpol. Ah genau, okay, ja stimmt. Top 10 Superpol. Genau. Also 45 Minuten draußen rumfahren und dann Superpol und dann ist Feierabend. Hier haben wir auch, weil die Frage aufkam wegen Invitational Slots, also wir hatten auf dem Plan, das kann sich noch ein bisschen schieben, aber wir hatten auf dem Plan 50 Slots, klar haben wir gesagt und 20 Invites davon. Genau. Das heißt, wir hätten 30 Open Slots. Es wird sicher mehr als 50 Anmeldungen geben. Wie wird ausgesiebt? Gar nicht. Wenn voll ist, voll. Wenn voll ist, voll. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, genau. Wir werden das aber frühzeitig ankündigen. Also wir werden wirklich, wir, also jetzt, das was Boris vorhin gesagt hat, wir wollen A, transparent sein mit allem, was wir machen. Also sprich, wenn irgendwas Neues, wir wollen in der Season nichts ändern, und dies, das anderen hast, sondern wir möchten so transparent, wie es geht, mit euch kommunizieren und wir wollen alle Informationen pünktlich für euch da draußen haben, dass ihr euch alle darauf einstellen könnt. Also wir versuchen hier nichts zu verheimlichen, irgendwas zu vergessen, also da sitzen wirklich Menschen dahinter, wir haben Fahrplan, Roadmap, steht alles hier, wir machen uns darüber Gedanken. also es wird alles frei, offen, nach draußen kommuniziert, so dass auch alle sich vorbereiten können, dass sie sich zu der Anmeldung beispielsweise am PC sitzen können und dann kommt nicht, wir müssen, wir melden uns morgens um sieben an oder so ein Scheiß. Also wir denken auch an die arbeitende Bevölkerung und versuchen das, zumindest so eine große Schnittmenge zu machen, dass es für viele Leute passt. Ja. So sieht's aus. So ist der Plan. So ist der Plan. Vielleicht entschließen wir uns noch dazu, weil der Andrang wird groß sein, dass wir doch per Prequalifying die Slots ausgeben. Aber der Plan ist erstmal so, dass es die Open Slots gibt und wenn die voll sind, sind sie voll. Genau. Bei den Slots, die jetzt aktuell noch belegt sind, für die Invite Slots, die werden auch, wenn sie nicht voll werden, die sind erstmal, die machen wir auf, die sind jetzt erstmal nur dafür da, dass die Menschen, also beispielsweise Unicorns, BS, Kackrämer, dass die Teams, die mit uns schon viele, viele Jahre zusammen erfahren, die wir kennen, dass wir denen die Möglichkeit geben, dort mitfahren zu können und wenn nachher da Feierabend ist, dann machen wir auf und dann können da alle rein, aber wir sagen vorher Bescheid. Ist jetzt nicht so, dass wir einfach aufmachen und dann ja, friss oder stirb, sondern hey Leute, wir machen jetzt noch acht Slots auf, ihr könnt euch jetzt für das Rennen noch anmelden. Es fehlen ja jetzt noch ein paar, die gesagt haben, sie fahren, aber noch nicht gemeldet sind. Ja, wie immer. Man kennt's. Da müsste man vielleicht nochmal nachhaken. Man müsste nochmal nachhaken. Man kennt das. Das Nachhaken? Ja. Ja, es ist immer so. Und vor allem, es sind immer die gleichen, bei denen man nachhaken muss. Das ist auch wieder korrekt, ja. Also es sind jetzt noch neun Slots frei. Stimmt, Brinki hat geschrieben, mit dem Elo-Wert, wie hoch auch immer, wird ja auch schon ausgesiebt. Das ist korrekt, ja. Das heißt, mit dem Elo-Limit oder Untergrenze, die wir hier festlegen, haben wir ja sowieso schon eigentlich gesichert, dass die, die mitfahren, schon eine ordentliche Pace am Start haben. Das ist ja das Schöne an so einem Rating-System. Bezüglich der Invalts, Leute, LFM hat zwei Autos gekriegt und wir haben zwei Autos gekriegt und der Rest hat eins. Und das haben wir uns jetzt mal, das Recht haben wir uns mal rausgenommen, als Organisatoren zu sagen, dass wir zwei Autos haben. Ihr habt sogar drei übrigens. Wir haben sogar drei? Ja. Wir haben auch drei. Boris? Was ist da passiert? Ja, wir haben zwei Autos und ich habe noch ein LFM & Friends Team aufgemacht mit Dan Suzuki, Grissel und David Perel. Wollte ich gerade sagen, okay, ja. Und ihr seid auch mit drei Autos angemeldet. Ja, wir haben aber auch Friends drinnen. Ja, siehst du? Unicorns hat, glaube ich, auch Unicorns & Friends. Ja, die Unicorns fahren ja auf einem Auto mit Formula Lena, wie ich das richtig gesehen habe. Ja. Mit Ray, ne? Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch eins Unicorns & Friends. Äh, ne, eins noch von Unicorns selber, glaube ich. Das ist doch Schiebung. Tja, das tut mir leid. Boris ist halt einfach CEO von LFM. Da, da wird sowas halt mal durchgewunken. Wäre leid. Also, die Slots waren halt schon voll, was soll ich denn machen? Hat ja keiner gemerkt bisher. Nicht mal du. Doch, ich weiß das. Ich tue gerade nur so, damit die Leute, damit die Leute, ich weiß, wie viele Autos angewendet sind, Boris. Ich weiß doch, mit wie vielen Menschen ich schreibe. Okay. Genau, und Family und Pets und People. Ja, genau. Das wird aber, also jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen, das wird bei der VEM nachher nicht so sein. Keine Sorge. Also, wir versuchen das wirklich so vernünftig und gut, wie es geht, zu gestalten. Ja. Definitiv. Genau. Wird man das Zusatzprogramm von Boris, also wo man von außen alles managen kann, zulassen und benutzen dürfen? Also erstmal, es ist nicht mein Tool. Ich weiß da draußen gehen Gerüchte um, das wäre von mir, ist es aber nicht. Die meinen RCC Drive meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ist ja nirgendwo verboten, also wenn wir es auch nicht verbieten. Wenn es denn mal funktionieren würde. Es hat leider Schwierigkeiten momentan. Also die letzten Rennen waren sehr unangenehm, damit. Wird aber, denke ich mal, noch gefixt. Ja. Wollen wir es hoffen. Ja. Aber ich denke schon. Sollte nicht verboten sein, nein. Nee. Auf keinen Fall. Das Tool tut ja keinem weh. Wie hat Boris denn Suzuki ranbekommen? Na, wie es halt so ist, es ist halt Boris. Jeder will ja den FEM fahren. Ich habe ihn geschrieben und habe gefragt, denn, hast du Bock? Watkins? Denn, ja. Thema erledigt. So einfach ist das. Na klar. Ich meine, dann fährt er gefühlt momentan nur noch LFM. Ich kaufe 1500 ELO. Wie viele Sub sind das? Äh, 500. 500. Die teilen wir uns aber, oder? Natürlich. Ich bin, ich bin immer Teiler. Okay, ja. Ich bin immer Teiler. Wird auch Yassi teilnehmen? Äh, weiß, bin ich gerade nicht sicher. Also ich denke, Jadier wird definitiv dabei sein, ob, ob der als Yassi fährt oder ob das wieder eine Kombo aus Boothby, Jadier und, äh, Foch wird. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, das wird dann schon, bei der Serie werden die sich mit den Teams, äh, anmelden. Wobei, ist Boothby nicht auch bei Yassi? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, Jadier ist dort, aber Boothby weiß ich nicht. Ja, ist er, ne? Ja, genau. Also ich denke, dann wird das, äh, wir werden sehen. Also, ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass, äh, die Jungs mitfahren. Es wird sowieso, denke ich, sehr schwitzig werden. Ja. Weil es gibt Geld zu gewinnen. Egal wie. Es gibt Geld zu gewinnen, es wird schwitzig. Also. Guck dir die Pro Series an, was da im Moment passiert. Es ist einfach abartig. Ja. Und die werden da alle am Start sein. Ich hätte mir das jetzt, äh, spektakulärer vorgestellt. Naja, das Schöne ist halt, an LFM, das verbindet halt, ne? Weil, also ich, das sage ich, ich schreibe das relativ häufig als Tweets, und das klingt immer super abgedroschen. Aber LFM ist halt so ein Platz geworden, wo, wo man einfach racet zusammen. Hier teilen alle ihre Leidenschaft so. Wenn ich, wenn ich mal überlege, also jetzt mit Boris Sappi, äh, et cetera, pp, was man alles schon gemacht hat, und, denn, wenn man so zusammensitzt, ey, wer könnte noch Bock haben zu fahren, dann kommen, weiß ich nicht, beispielsweise Unicorns rein, und helfen, BS Competition, also Nils ist ja jetzt auch gerade mit Popometer ganz groß dabei, ähm, und alle, also, wie soll ich sagen, äh, alle möchten mit an dieser Plattform wirken, weil es halt ein schöner, schöner Fleck ist so. Weil halt jemand sich die Mühe gemacht hat, für uns ein schönes Fleckchen zu, zu schaffen. Und dann fahren die Content Creator, ich meine, ganz ehrlich, für mich als Content Creator, also nur aus meiner eigenen Sicht, ist das einfach mega geil, dass ich in ACC, der Sim, wo ich, also, wo ich mich zu Hause fühle, Daily Racing habe. Weil hättest du das nicht, würde dein Tag so eingeschränkt sein, weil du dann immer nur abends fahren könntest, weil dann müsstest du vormittags irgendwie was machen. Und das ist halt, äh, das ist halt so ein, so ein Ding, was halt, äh, was halt verbindet. Also man kommt halt immer wieder auf diesen Fleck zurück. Denn Suzuki wollte Wurstwurst übrigens auch mitfahren letztes Jahr, hatte nur keine Zeit, also ist nicht so, als würden wir da nicht immer nachfragen. Ja, dann hat er schon Bock drauf. Klar. Und jetzt auch, diesmal hat er sich geblockt, also ich hab ja, also es war nicht ganz so unspektakulär, wie ich eben gesagt habe, aber wir haben schon, ich hab mich schon zweimal gefragt und er hat mir auch zweimal geantwortet, also. Das wird, das wird dann so ein Ding, ach scheiße, ich krieg da gerade eine neue Wheelbase, da kann ich nicht so schnell fahren, so. Ja, also diesmal hat er den Termin geblockt. Ähm, ja. Also ich denke, diesmal wird's tatsächlich was. Hoffen wir es. Also wenn jetzt keiner noch großartige Fragen hat, dann, äh, lassen wir uns, äh, also, schaut auf die LFM-Seite, äh, bezüglich der Endurance-Geschichten, folgt uns auf unseren sozialen Medien, also, gerade Low Fuel Motorsports, äh, mir, dann gibt's, äh, zu der VEM sehr viele Informationen, wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen, äh, denkt bitte da dran nochmal bezüglich der Bob, ja. Ähm, guckt euch da bitte um und tut mir bitte den Gefallen und das ist so ein, so ein Appell, bleibt dabei bitte sachlich. Okay? Also, wenn euer Auto auf einmal 30 Kilo hat, dann hat's das nicht ohne Grund und versucht bitte sachlich darüber zu sprechen, weil das wird ne, äh, das wird ne sehr große, äh, Diskussion geben und das wird sehr viel darüber gesprochen, aber wir versuchen es, äh, ey, Simgigs, kannst du aufhören bitte alles so, das wäre echt nett, danke, mach doch mal einen ganzen Satz. Ähm, also versucht bitte so sachlich wie, wie möglich, äh, zu bleiben bei den, bei den Gesprächen und, ja, helft uns bitte dabei, dass wir die Möglichkeit bekommen, dass wir nicht alle nur ein einziges Auto fahren nächste Season. Ja. Weil das wird nämlich sonst langweilig. Richtig. Und das möchten wir ungern. Und alle sollen ihre Autos fahren können. Wir möchten Vielfalt an Autos haben. Richtig, so viel wie es geht, meinetwegen auch ein Reiter. Alter, das würde ich fühlen, wenn da ein Team kommt. Um den Reiter mit reinzubobben, das wird aber schwierig. Ich glaub, so viel Kilo können wir nicht reinpacken, oder? Ne, du kannst ja nur noch 30 vergeben vor Auto, leider. Nur noch 30? Ja, 30 ist max. Eieiei. Mike Hammer, ja, die Serie bleibt, keine Sorge. Die LFM Endo Serie sonntags, die bleibt. Warum sollte die weggehen? Die ist so erfolgreich, warum sollen wir die rausnehmen? Die Pro-Serie wird auch bleiben, am Mittwochabend. Die erste Season läuft jetzt schon so bombe, dass, also, wenn, dann kommt nur noch was Neues dazu nächstes Jahr und nix fällt weg. Richtig. Je mehr ausfall, desto besser. Sieht's aus. Vielleicht wagen wir uns auch mal an Daily mit Multiclass, das wurde ja auch immer mal wieder gewünscht. wie lange. Ja, das ist genauso, wie sich in der Sprintserie irgendwer Regen gewünscht hat und du das natürlich gleich gemacht hast. Natürlich, ist doch geil. Magst du etwa keine Regen? Ey, das ist, weißt du, LFM ist mein Safe Place, okay? Und ich muss am Wochenende, also ich bin ja bei einer anderen Veranstaltung, also zwei anderen Veranstaltungen, irgendwie gefühlt von zehn Rennen neun im Regen gewahren. Ja, ich mag Regen nicht. Und es war immer für mich ein Safe Place. Und dann saß ich letztens da, nach dem Regenrennen, auf dem Samstag. Das hat geregnet. Und Sonntag und gehe in eine Sprintserie rein und es pisst aus Eimern. Und ich sitze wirklich da, habe einen emotionalen Ausbruch, die Elefantentränen kamen rein und ich so, wann hat Boris denn das entschieden? Und dann natürlich Chat, das haben sich einige Menschen im Discord gewünscht. Ich mag Regen. Das ist okay. Bei euch, also das Ding ist ja, bei euch oder bei dir, es regnet einmal und dann ist halt, es regnet. Und nicht trocken, nass, trocken, rast noch. Also, ne? Dieser wilde Wechsel ist halt nicht da. Ähm, ja, ja. Also, ich gerade gestern Abend zum Beispiel, ich glaube 22 Uhr, das Rennen bin ich Barcelona in der SRS gefahren, da hat es ja eh schon immer mal geregnet. Ähm, das war super interessant, das war Real Weather und in Barcelona war tatsächlich Weltuntergang äh, gestern Abend, also in echt. Ja. Das Rennen ging los mit Heavy Rain und war ab Hälfte des Rennens Monsun, aber es war richtig geil. Also im Monsun fahren, es geht. Viele denken, da kann man nicht fahren, es geht und es war, hat mega Bock gemacht. Ich weiß. Und lustigerweise laufen die Renngesitte da ab, als im Trocknen. Weil jeder mit sich selbst zu kämpfen hat. Also wirklich, es ist so interessantes Racing beim Regen, ne? Ja, Dizzy. Zitat Ende. Zitat Ende. Aber Monsun ist wirklich, also wie weit konntest du gucken? Ja, ich, ähm, wenn ich einen vor mir hatte, dann, äh, war es nicht viel, so. Vielleicht 10 Meter, 15 maximal. Wie du halt wirklich dann nur noch diese roten Schlitze siehst, Ja, das ist geil. Und dich nur noch daran orientierst, so. Und du siehst vor allem auch keine Bremspunkte. Das ist schon gut, ja. Es hat schon was. Also im Trocknen kann halt jeder fahren, weißt du? Nee. Das, das kann man auch. Auch nicht jeder. Das kann man auch regelmäßig beobachten, dass das auch nicht jeder kann. da hast du recht, ja. Der eine oder andere kriegt das auch im Trocknen nicht hin. Manchmal ist es schon gerade Ausfahren schwierig für den einen oder anderen. Hat man alles schon gesehen. Ja. Wann ist nochmal Paul Rekar? Ist doch bald wieder, ne? Kommt das nochmal? Ja, sollte doch, oder? Warte. Wir haben jetzt Woche sieben, ne? Äh, ja. Ne, Paul Rekar kommt nicht mehr. Oh, schade. Paul Rekar ist doch, äh, also da, was du da, ein Unfälle auf den Geraden hast, das ist ja Wahnsinn. Ne, Paul Rekar kommt tatsächlich nicht. Ich freu' mich auf Watkins Glen in der SRS-Serie. Ne, in der, in der Sprint-Serie. Als Finale. Das wird wahrscheinlich nochmal eskalativ. Da fahr' ich nicht. Da fahr' ich nicht. Es wird ähnlich wie Spa werden, schätze ich mal. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Was ist denn? Oh, Spaß in der letzten Woche. Oh, was? Wir haben mal ein Panorama? Im September? Oh. Geil. Äh, in der SRS. In der SRS? Ja, ja. Ja, dann ist ja nächste, nächste Woche wird sowieso sehr sexy auf Imola mit dem BMW. Naja. Es kommt noch eine Menge. So, ich würde das jetzt, Boris, äh, wenn du jetzt nicht großartig noch was hast, würde ich sagen, war das ein sehr schönes Gespräch. Ja, find ich auch. Hat Spaß gemacht. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hab echt, trotz alledem, dass wir uns schon so lange kennen, noch Sachen von dir erfahren oder von LFM, die ich noch nicht kannte. Ja. Ja. Es wird, es gibt wahrscheinlich immer noch Sachen, die du nicht weißt oder noch nicht kanntest, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht lade ich dich einfach noch mal ein. Ja. Und dann, immer wieder. Dann mach ich so ein, so ein Ask Boris Schalk Anything Ding und dann baller ich dich einfach nur voll mit Fragen. Ja. Boris. Ja. Dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Danke, dass du eben gerade auch noch mal übernommen hast. Kein Problem. Und vielleicht machen wir das ja noch mal, so ein Gespräch, wenn noch mehr Sachen feststehen zur VEM. Natürlich. Und wir können auch mal wieder ein Endo zusammenfahren, so ein Sonntagabend oder so. Das wäre auch schön, Boris. Oder? Ja. Nee, das würde ich super geil finden. Müssen wir mal gucken, wann wollen wir das machen. Ob wir vielleicht sogar nächste Woche schon. Diese Woche wird nicht. Was ist denn nächste Woche für eine Strecke? Emola. Emola? Ja. Jo, warum nicht? Können wir machen. Ich fahre BMW. Allerdings wahrscheinlich nicht im, ja, ich wollte es gerade sagen. Audi willst du sicher nicht fahren. Also, Boris, ich würde es echt schön finden, wenn wir nicht Audi fahren. Also, ja, würde ich geil finden. Ja, klar. Können wir machen. Lass das mal festhalten. Geil. Boris, dann gönn dir nochmal die Stage. Verabschiede dich. Vergiss nicht, Shoutouts an alles zu geben. Mach deine Werbung. Das ist für mich völlig fein. Rotz einfach raus jetzt. Gib alles, Junge. Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, nochmal vielen Dank an Martin und Jan. die Jungs aus Hamburg, die uns am Anfang den Gameserver spendiert haben, die das überhaupt möglich gemacht haben. Shoutouts an alle, die mit uns zu tun haben. Alle, die irgendwas für uns jemals gemacht haben. An die ganze Community, weil ohne Community wäre LFM halt nichts. Shoutouts an alle, die uns auf Social Media so gepusht haben. Sei es YouTube, Twitch, sonst wo. Die haben alle dazu beigetragen, dass wir heute, dass ich uns heute hier bei Diesel sitze und sowas erzählen kann. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns mit Sicherheit dann vielleicht nächste Woche am Sonntag bei dem Endo. Habt einen schönen Donnerstag. Noch viel Spaß bei DCs Dokus, die ihr vielleicht noch guckt. Und ja, bis demnächst. Boris, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Du wundervoller Mensch. Danke dir. Wir sehen uns dann. Genau. Wir quatschen. Dann. Genau. Dann. Ich wünsche dir ein unglaublich schönes Wochenende, du feiner Kerl. Ebenso. Wünsche ich dir auch. Hau rein. Nein. Nein. Ja.